Einen wunderschönen guten Hallo und Willkommen zurück zu Shattered World, ja, ich hoffe euch geht es gut, mir geht es sehr gut, ich möchte euch nochmal kurz so ein Update geben, ich habe mir so ein Framing Table von Storage Warriors gebaut, und zwar, das Rezept ist eigentlich ganz einfach, man braucht im Prinzip nur 5 von diesen Trims, Trims werden dazu benutzt, hier ist mal das Rezept, um solche Drawer miteinander zu verbinden, ohne eine Drawer zu nutzen, das heißt, der ist jetzt zum Beispiel freischwebend, genauso wie die drei, dann könnte ich hingehen und den Block, den Block und den Block ersetzen, durch Trims, dann hätten die eine Verbindung, und ja, dann wäre das eigentlich gar nicht so verkehrt, und man bräuchte da nicht irgendwie noch ein paar Drawer dazu, man kann das natürlich auch noch ein bisschen übertreiben und dann noch ein, zwei da hinten machen, damit man eben hier den Koppel noch sieht, Aber das dient dazu, um, haben wir leider hier nicht, um die, ne, hier haben wir das nicht, aber hier, um die, äh, halt hier, Drawer Controller, ähm, damit zu verbinden, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Drawer Controller hinsetzen würden, dann hätte er keine Verbindung zu diesen, könnten wir, würden wir noch Trims hinten dran setzen, hätte er eine Verbindung, so, so viel mal dazu, ähm, dann gibt es noch diese Framed Drawers, ne, die seht ihr hier, Und hier, ganz einfaches Rezept, ne, zwei Kisten zum Beispiel, äh, zwei Sticks, äh, sechs Sticks, und ein, eine Plank ergeben zwei Framed Drawers, einmal zwei, gibt es natürlich auch für normale, und, äh, für, äh, achtfach, also hier vierfach meine ich eigentlich, zwei mal zwei, dann zwei mal zwei, äh, flach, und einmal zwei flach, so, ich habe mir hier ein paar gemacht, die möchte ich jetzt erstmal hier reinstecken, ähm, Ähm, jetzt hat, kann man als, also hier seht ihr zum Beispiel eine Frame, und hier quasi, ja, das ist die Unterseite, das ist die Oberseite, das ist die Frontseite, und hier würde was rauskommen. Jetzt könnte ich hingehen, und sagen, ich möchte die Unterseite, oder die Vorderseite, das ist die Vorderseite, genau, das sind die, äh, umliegenden Seiten, und das hier ist die Oberseite. Glaub ich, ha, ich müsste selbst mal gucken, machen wir das auch einfach mal so, da, ja genau, da sieht man das doch schon, genau, ah, das sieht doch interessant aus. Und wenn ich den Sound dazu packe? Jo, wunderbar. So, ich nehme jetzt mal einen raus, und setze den jetzt mal hier hin. So, rundherum ist Cobblestone, ne, Teenstone mit einem Cobblestone-Frame, und vorne ist der Andesit-Block. Äh, die Blöcke, die nutzen sich ab, beziehungsweise die verbrauchen, achso, eine Axt brauche ich, aha, einen Steinblock brauche ich, eine Axt, das ist auch interessant. So, und ich kann den immer wieder umfärben, glaub ich, oder? Kann ich? Kann ich, gut, super. Äh, somit kann man dann, äh, hier zum Beispiel, ähm, ja, die kann man ja meistens immer aus Holz bauen. In diesem Pack haben wir ja noch die Möglichkeit, dass wir das auch aus verschiedenen Holzarten bauen können. Hier sehen wir zum Beispiel noch, äh, Jungle und Acacia, aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas anderes möchte, hier gibt's ja wirklich nur Holz. Ähm, ja, Balzer drin und so weiter. Wenn man jetzt aber irgendwas anderes möchte, was weiß ich, Redstone oder sonst irgendwas, oder irgendwie was ganz Dunkles, dann kann man das mit diesen, ähm, Frames machen. Und, äh, den möchte ich jetzt nochmal ein bisschen ummodeln. Und zwar komplett Cobblestone, äh, komplett Cleanstone. Und, dann sieht er so aus. Dann kann man den hier schön in die Wand verschwinden lassen, man könnte das natürlich jetzt auch noch, äh, mit... Cobblestone machen. So, dann sieht er eben aus wie Cobblestone. Oder eben auch mit... Andesit, äh, haben wir hier. So. Sieht ganz nett aus. Also hier mit Andesit und Cobblestone und Cleanstone kann man dann, äh, wunderbar auch noch dekorieren. Und das ist ja so mein Ding, ne, dekorieren. So, jetzt hätte ich aber gern noch einen normalen... So, genau. So, und nehmen wir den mit. Oh, immer noch die Axt. Aber dann müssen wir dem stacken, genau. Die stacken dann natürlich nicht. Bist du noch da? Jetzt, so. Die stacken dann so natürlich nicht. Das ist klar. Ähm, jetzt habe ich die Taschen wirklich gebrach... ...brechenvoll. So, ich muss erst mal das Holz wegbringen. Genau, ja. Wann nehme ich mir noch die Werkbank mit? Den Framing Table. Habe ich einen? Habe ich. Gut. Und dann gehen wir mal wieder zurück zur Brutania-Ecke. Da habe ich dann, äh, ein bisschen umgebaut. Ihr wisst ja, wenn ich ein bisschen umbaue, dann ist es wieder total anders als vorher. Ach ja. Nach F7 müsste ich mal ausmachen, ne? Und das wäre doch mal eine Maßnahme. So, also hier. Habe ich schon mal angefangen mit Locks Output. Hier so einen kleinen Abgang und sowas. Und hier die Höhle etwas vergrößert. Also hier noch ein bisschen. Und hier überall noch ein paar Locks reingezogen. Im Boden sind auch ein paar Locks. Ähm, die Idee kam ja... ...wahr einfach mal so spontan. Der Boden muss noch gemacht werden. Ich habe irgendwas gehört. Ich weiß nicht was. Die Geräusche, die machen mich doch total kirre. Naja. Ähm, und ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich hier weiter dekoriere, müsste ich jetzt erstmal gucken, dass ich genug Storage bekomme. So. Diese Storage, die ich mir jetzt hier aufgebaut habe, sollen für die Petals sein. Und die Petals hätte ich schon gern hier. Ähm, man könnte... Ja, Gott. Ja, man muss gerade mal hier. So. Man muss hier einen. Hier einen. Und die zwei da oben drauf. Genau. Dann könnten wir hier die, äh, Petals dann, äh, quasi lagern. Und, äh, das sind ja 2x2 Drawer. Das heißt, 4 in einem. Ähm. Das heißt, 4, 8, 6... Äh, 4, 8, 12, 16. Ne? 16 Farben haben wir ja. Also 16 Petals. Gut. Dann. Frame Tour 1x2. Habe ich mir gedacht, für, äh, Living Wood und Living Walk. Ungefähr. So. Das Ding baue ich jetzt erstmal da hin. So. Da brauche ich nochmal... Äh. Ja, komm. Mache ich beide. So. Die würde ich gern hier hinpacken. Genau. So. Und dann habe ich mir noch gedacht, äh, wir nehmen noch ein paar für sowas zum Beispiel. Hier. Für die Runen. Ähm. Ja, Entschuldigung. Ich gucke auch ab und zu mal auf den Chat, ob ich vielleicht irgendwie helfen kann oder so. Ah, für die Runen. Äh, die Runen würde ich gern, ich weiß noch nicht genau, wohin packen. Ähm. Puh. Puh. Ja, ich habe echt keine Ahnung im Moment. Hm. Wir könnten ja die Runen hier hinpacken. Ja, genau. Ähm. Warte mal erstmal noch ein bisschen färben. Bisschen einkleiden. Eins, zwei, drei, vier. Das sollte erstmal reichen. Machen wir zwei Cobblestone. Äh. Andesit habe ich jetzt ein bisschen wenig. Habe ich da noch was drin? Ja, Kiste. Äh. And, dann, 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 da ein bisschen. Ja. Gut. Dann. Einen Andesit. Und einen Clean Stone. Du bist. Das sieht man leider nicht. Okay. Ja, passt aber. Runter Bärchen. So, und die packen wir jetzt da hin. Könnten im Prinzip noch zwei hinpassen. Ja, machen wir mal einfach noch zwei. So, und die zwei machen wir aber auch. Äh. Zwei habe ich gesagt. So. So. Wunderbar. Dann könnten wir doch hier mal so ein bisschen aufräumen. Also hier dann, äh, das Zeug daraus. Ähm. Sonst noch irgendwas. Ja, guckt mal hier. Äh. Mana Perlen. Mana Steel. Und. Mana Powder kann ich gerade nicht aufnehmen. So. Hätten wir jetzt hier zum Beispiel, äh, Air. Earth, Fire und Water. Könnten wir dann hier die Mana, äh, Wunder of Manas nutzen. Und dann, äh, hier, das da, das da. Äh, also, ne, Perl. Ne, die müsste ich noch umwandeln. Ähm. Mittlerweile ist der, äh, bot ich hier eigentlich auch ganz gut voll, ne? Ja, der ist voll. Der noch nicht. Den habe ich, äh, auch noch ein bisschen abgezapft. Da habe ich noch, äh, Mana, äh, Tablet genommen. So, komm. Die wollte ich sowieso umwandeln. So, und? Ja, das hat jetzt einiges gekostet, Mana. Klar. So, packen wir den mal da hin. Und dann nehmen wir noch das Powder. Das werden wir auch noch umwandeln. Äh, nehmen wir mal diesen. Wunderbar. So, da kommt das Powder rein. Sehr schön. So, und jetzt habe ich ja gesagt, hier, die für, äh, Living Rock zum Beispiel. Ähm. Können wir eigentlich noch die dazu packen. Hallo? Wie ist das? Danke. Äh, Living, hm. Das ist Living Plank. Living Wood Plank. Dann bräuchte ich eventuell noch so eins. Da habe ich noch eine Trim. Da habe ich eine... Achso, ne, Quatsch. Äh, ja, da habe ich erst Dora gemacht, weil ich das Rezept falsch gesehen habe für diesen Framing Table. Habe ich mir erst mal ein paar, äh, normale gemacht. Äh, hier kommen dann die Pedals hin. Das ist okay. Wir könnten im Prinzip nochmal so ein Ding aufbauen. Für hinten. Äh, für die Pflanzen. Wenn wir die mal wieder bräuchten. Wobei, die Pflanzen an sich brauchen wir nicht. Und wenn, dann können wir sie uns aus den Pedals züchten. Ja. Das ist, das ist, das ist okay. Also wer den Trick noch nicht kennt, ähm, man kann ein Pedal auf den Boden legen. Das sieht man dann ganz schlecht. Das ist sogar noch schlechter zu erkennen als ein String. Und dann einfach Bone Meal draufknallen. Dann wird das eine doppelt hohe Pflanze. Und, äh, dann kann man es mit einer Schere abbauen. Ich kann das gerne mal gleich mal demonstrieren, wenn ich mal mein Inventar ein bisschen näherer gemacht habe. Hey, die Witzka. Immer diese vollen Inventare. So, das da weg. Äh, achso, Steinmarz. Ne, Baumarz. Baumarz, nicht Steinmarz. Steinmarz war wieder was anderes. So, ach Gott, da haben wir noch ein paar Sticks. Hm, na. So, die da rein. Dann Rucksack. Hm, Rucksack her. Das da weg, das da weg, das da weg, das da weg. Äh, die Schaufel brauche ich vielleicht noch. Aber die nicht. So, den Wand auf jeden Fall. Warte mal, du kannst mal dahin, du kannst mal dahin und du dahin. Jo, schön aufgeräumt. Gut. Dann nehmen wir uns mal sämtliche Pedals hier raus. Sind das überhaupt alle? Ich weiß es gar nicht. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 13, 14, 15. Ja, was fehlt? Ich glaube schwarz, ja genau. Da unten sehe ich es noch. Hä, hä. Wo guckst? Ähm, ja, guck mal hier. Mana-Diabend nennt man noch. Dann Living Wood auf jeden Fall. Äh, die Planks lasse ich erstmal da. So. Floral Fertiler, das ist... Nö, warum eigentlich auch nicht. So, jetzt nehme ich mal noch ein bisschen Baumil. Eins reicht erstmal. Und dann zeige ich euch mal den Trick. So kann man nämlich auch, äh, Pedals wunderbar vermehren. Also, ich lege das jetzt da hin. Man sieht es nur im Weiler, ne? Und es glitzert ein bisschen. So, dann gehe ich hin. Bonemil drauf. Wow. Tall Musical Orange Flower. Und jetzt mit der Schere. Mit der gebrauchten am besten. Zack. Wunderbar. Schere wieder wegpacken. Dann haben wir hier die Tall Musical Flower. Und da kann man wunderbar Orange Petals draus machen. Somit haben wir aus einem Orange Petal drei gemacht. Und wenn man das dann eben dauerhaft macht, dann kann man wunderbar die Pedals nachzüchten. Also man braucht keine, äh, Mana gener... Ne, Mana verbrauchende Pflanze, die dann die Blumen herstellt. Ist natürlich auch einfacher, klar. Aber, äh, es geht auch so. So, Moment. Da kommt Grau hin. Oh Gott. Das wird jetzt... Oh, mit dem Hellgrau wird es ein bisschen... Mhm. So. Gut. Ähm. Ich hätte gerne noch... Dich, dich und dich da drin. Jawohl, da müsste man... Rot haben wir gar nicht. Ah, doch da. Rot. Was sage ich denn? Okay. Du da hin. Du da hin. Du da hin. Dann können wir die auch nicht direkt verwechseln. So, und jetzt... Äh, Braun. Hellblau. Dunkelblau. Gelb. Hellgrün. Dunkelgrün und irgendwas fehlt. Hallo? Dunkel... Oh. Okay, machen wir sie eben so rum. Und irgendwas fehlt. Ähm. Ne. Das ist ein Pedal, genau. Pedal. Äh, wie heißen die? Pedal. Mit T. Pedal. So, wir haben... Ich glaube, das Light Grey kann... Cyan? Haben wir Cyan? Da haben wir Light Blue und Blue. Ja, Cyan fehlt. Genau. Okay, gut. Wissen wir Bescheid. Äh, das schreibe ich mir ein bisschen gleich auf, weil das vergesse ich sonst wieder gerne. Cyan... Cyan... Petal... Feilt... Ausrufezeichen. So. Wunderbärschen. Gut. Äh, jetzt könnte ich im Prinzip hier auch die Mana-Pools nochmal abbauen und, äh, eins unten drunter setzen. Aber, wir haben jetzt hier erstmal unsere Deko. Zack. Unsere Deko haben wir da. Oder machen wir die... Die wollte ich... Da hinten haben wir, ja genau. Zack. Ja, wunderbar. Ähm... Ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, dass es jetzt so auseinandergezogen ist. Hier hätte ich gern noch eine... Ja, doch, hier würde es genau hinpassen. Eine Pew Daisy. Um eben noch ein bisschen Holz herzustellen. Und... Äh, beziehungsweise Holz und... Achso, ja genau, das Living Rock. Äh, Holz und, äh... Hier, ne? Living Rock und Living Wood. Ich glaube, ich habe eben schon wieder zum Living Wood, Living Rock gesagt. Ist egal. Ah, Terra Steel haben wir noch. Und da haben wir auch noch... Äh, haben wir sonst noch irgendwas da drin, was wir... Das können wir noch umwandeln. Äh, die kommen weg. Aber das war es erstmal. Vielleicht noch die... Ne, die Seeds bräuchten wir oben, wenn schon. So, okay. Wo kommt ihr jetzt hin? Ihr kommt da hin. Genau. So, jetzt haben wir noch hier vier Perlen. So, ganz einfach. Zack, wunderbar. Dann... Kommen die... Linsen erstmal da rein. Habe ich da eigentlich Linsen? Ja, habe ich. Okay. Ah, stimmt. Ich habe noch zwei Mana-Sprecher abgebaut gehabt. So, da. Ne, da. Ach, guckt mal hier. Hier haben wir Cyan. Hä, 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 hä. Äh, super. Dann haben wir jetzt Light Blue und Blue. Und dann hier Cyan. Ist okay. Ist vollkommen okay. Weil in der Konstellation kann man die dann auch nicht unbedingt verwechseln. Man muss dann natürlich lesen können, ne? Das ist klar. So, jetzt habe ich hier aber noch zwei Framed Drawers 2x2. Hm. Brauche ich die noch für irgendwas? Ich wüsste jetzt nicht für was. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht für was. Mana-Tablets und sowas, das kann man nicht stacken. Aber Gott sieht sie also, wenn wir nicht haben. Nö. Wüsste ich... Entschuldigung. Wüsste ich jetzt wirklich nicht für was. So, da haben wir... Ah, hier. Open Crates haben wir noch. Vielleicht kann die ja einer von euch brauchen. Sagt mir einfach mal Bescheid, dann kriegt er die. Äh. Ja, genau. Die sind auch fies. Aber die sind richtig fies. Ich bin gerade überlegen, ob wir nicht vielleicht mal in den Nähter gehen sollen. Wobei... Nee, noch nicht. Noch nicht. Das machen wir noch nicht. Nee, noch nicht. Dafür sind wir eigentlich noch gar nicht richtig gut ausgerüstet. So. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Draconium. Tra... Tra... Ja doch. Draconium-Tablets, Alter. Wenn die Stimme versagt, nimm Wegblau. Ja, und was ist, wenn die Sprache versagt? Nimm Duden, oder was? Hm. Ich weiß es nicht. Ich hab's... Ich hab's... Nee, ich weiß es wirklich nicht. Oh Gott. Er fängt wieder an, dumm zurückzulabern. Aber hier, das ist mittlerweile Expert. Und das ist... Auch Expert. Und ich hab, glaub ich, irgendwo noch ein Modifier dazu bekommen. Hm. Ja, genau hier. Bei meiner... Man... 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 Manuline. Keine Ahnung. Pickaxe. Äh... Ich weiß noch nicht, was ich da drauf machen werde. Ich hab keinen Plan. Ich hab mir da ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Wir könnten ja vielleicht... Ne, Haste bringt nicht besonders viel. Ja, lass mal den einfach. Lass mal den einfach mal. So, ähm... Bin jetzt gerade überlegen, was wir noch machen könnten. Wir könnten doch mal... Nochmal ins Questbuch reingucken. Äh... Wenn ich's finde... Da. So. Rennen wir mal einfach runter. Wenn ich jetzt einfach zu faul bin, nochmal die W-Taste loslassen. So. Zack. Wunderbar. Äh... Rüstung plus eins. Okay. Moment. Haben wir... Ja, Tatsache. Lehrling. Meister. Meister. Okay. Wo sind wir hier? Neutral. Anfänger. Anfänger. Okay, gut. Ähm... Halt. Das war zu weit. Zauberhafte Blume. Äh... Die Kraft der Erde. Ja, genau. Wir können doch... Ja, richtig. Ich hab da noch ein paar. Äh... Cool. Dann... Ähm... Machen wir es so. Genau. Mit Shift-Klick geht das. Einzelne die Module anklicken. Äh... Wenn jetzt da unten drunter noch ein Redstone-Signal wäre... Hehehehe. Zack. Äh... Dann einfach mit leerer Hand da draufklicken. Ne? Na doch. Hier. Auf den Fuß. Oder hier in die Mitte. Dann könnt ihr das komplette, äh... Ding austauschen beim Armor Stand. Ohne Redstone-Signal. Nur einzeln. Mit, äh... Eben komplett. So. Gut. Dann gehen wir doch mal auf die einzelnen Dinger drauf ein. So. Nein. Ach. Komm. So. Zack, zack, zack. Wunderbar. So. Wir hätten es hier. Als alle... Hm. Mit was fangen wir denn an? Erst einmal machen wir das so. Es ist dunkel. Das ist sehr gut. Eigentlich gar nicht. So. Nächste Leiste. Dann gehen wir mal auf die einzelnen Dinger ein. Also. Wir haben jetzt hier. What of the Seas. Sollte eigentlich jedem klar sein. Was das bedeutet. Ähm... Dass wir hier... Schade. Ich habe jetzt gar keine... Ja. Komm, man muss hier. Hier habe ich die Möglichkeit. Ich kann Wasser herstellen. Ne? Aus. Äh. Ja. Mana. So. Dann gibt es noch das gleiche Pendant. Äh... Molten... Ne, Molten-Core war es nicht. Äh... Nein, 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 nein. Jetzt habe ich es geschafft. Okay, Moment. Hier. Löschen. Löschen, löschen, löschen. Puh. Okay, also das war hier. Rod of the Hells. Äh, damit macht man einen... Einen Ringfeuer. Äh, einen... Einen Feuerring meine ich natürlich. Ähm... Der hat eine Cooldown-Zeit. Deswegen ist auch hier so ein Balken. Und damit macht man quasi um sich rum einen... Äh... Feuerring. Und man sollte ganz dringend, so wie ihr es jetzt eben gesehen habt, äh... Auf jeden Fall... Feuerschutz haben. Ne? Aber den packe ich jetzt mal ganz weit weg. So. Ich dachte, es gibt noch einen, der Lava macht. Aber weiß ich jetzt nicht. Okay, gut. Dann hätten wir hier Molten-Core. Was der jetzt so macht. Keine Ahnung. Molten-Core. Da muss ich jetzt wirklich mal passen und ins Lexica Britannia gucken. Äh... Hier. Molten... What of the Molten-Core? Ähm... Okay, holding it via right-click and pointing at a block in the world that can be smelted into a different type of block will quickly turn it into the... Ah, okay. Also, mit diesem kann man dann zum Beispiel aus Stone... Cobblestone machen. Wenn... Wenn er es macht. Hm. Er macht es nicht. Gut. Aber für Cobblestone hätten wir noch quasi den da. Da können wir uns Cobblestone herstellen, wie wir möchten. Halt eben alles auf Kosten von... Mann... Na... Hallo. Danke. So, dann hätten wir die schon mal abgewickelt. Dann haben wir jetzt bloß noch die. Äh, den nicht. Gut. Ich muss gerade mal hier. Also, das stört mich jetzt wirklich ungemein. Wollten wir das hier eigentlich gar nicht verbauen. Naja, egal. So. So, dann hätten wir noch What of the Skies. Und damit können wir quasi uns hochjubeln. Und der hat auch ein Cooldown. Und wie ihr seht, man bekommt keinen Fallschaden. Ne? Wunderbar. What of the Lands. Ähm, könnte vielleicht auch der Name sagen. Man kann Dirt herstellen. Ohne Probleme. What of the Plantful Mantle. Zeigt uns die Ores an, die hier in der Gegend sind. Ne? Einen Rechtsklick. Und, äh, die Ores werden angezeigt. Das ist so ähnlich wie bei, äh, Thumbcraft. Gibt es ja auch die Pickaxe, die euch die Ores anzeigt. Und, äh, somit könnt ihr dann gucken. Ähm, wir werden das jetzt einfach mal testen. Ich glaube, ich habe da nämlich noch was gesehen gehabt. Äh, zum Beispiel hier. Ja, genau. Moment. Das Mal zeigt ihr mir das in der Kiste an. Ne, zeigt ihr nicht an. Okay. So, da werden wir aber jetzt mal... Oh, da sind viele Ores, ne? Machen wir hier mal die sechs Stück. Warten, bis es abgeklungen ist. Und dann werden wir das nochmal machen. Und ihr seht, diese werden jetzt hier direkt angezeigt. Also, wenn ihr auf der Suche nach irgendwelchen Ärzten seid, ne? Könnt ihr euch an den Punkten orientieren. Je größer der Punkt ist, desto näher ist es. Und, ähm... Ja, je kleiner der Punkt dann eben so... Weil er entfernt ist es. Was ist denn hier jetzt? Ach, von dir, okay. Auch nicht schlecht. So. Hätten wir das. Ähm... Somit hätten wir im Prinzip alle Stäbe abgearbeitet. Wie wir die Craften haben. Wir haben ja das letzte Mal schon... Oder das vorletzte... Oder das vorvorletzte Mal. Ich weiß es gar nicht mehr. So. Äh... What of the Hells. Also mit dem auf jeden Fall aufpassen. What of the Seas ist ganz praktisch, wenn ihr irgendwelche Felder anlegen wollt. Und hier, ähm... Eben... What of the Deaths. Für Cobblestone. Na? Habe ich den jetzt reingelegt oder nicht? Ja, ich habe ihn wieder rausgenommen. Toll. Und hier, ähm... What of the Lands. Davon gibt es noch, natürlich noch ein weiteres Stück. Und zwar... Diesen. What of the Terra Firma. Äh... Ist jetzt auch eine Quest. Werde ich jetzt aber jetzt nicht craften, weil, äh... Mir fehlen noch ein paar... Äh... Ja, das zum Beispiel. Und Terra Sealing geht dafür. Das ist mir eigentlich zu teuer. Das Einzige, was der kann, ist... Der kann auch in der Luft Blöcke setzen. Das ist alles. Und ist für hier, glaube ich, nicht wirklich notwendig, dass man in der Luft Blöcke setzt. Oder? Glaube ich nicht. So. Gut. Das war das. Im Prinzip haben wir jetzt auch wieder eine Folge voll. Ähm... Achso, ich müsste noch die Rüstung tauschen. Zack. Wunderbar. Jetzt kann ich aber wieder fliegen. Ja. Nur fliegen ist schöner. So. Der Manapool. Der Manapool. Der ist komplett voll. Weil ich möchte auf jeden Fall noch gern, äh... Wir sind Terra Steel herstellen. Wenn die voll sind. Damit ich die dann abbauen kann. Und dann unten hinsetzen kann. Und dann... Bin ich überlegen... Achso, ja genau. Hier die... Äh... Seht ihr? Äh... Da könnte man eigentlich mal... Den da? Dann... Ne, Quatsch. Das brauche ich doch gar nicht. Das brauche ich doch gar nicht. Ich brauche doch was hier. So. Zack. Wunderbar. Hätten wir hier schon mal Erde für die Pure Daisy. Ähm... Ich werde da wahrscheinlich noch so ein Pastörsi draufknallen, damit hier... So, hier kommt die Pure Daisy hin, ne? Und, ähm... Ja, da muss ich jetzt keinen Pastörsi draufknallen. Gut. Passt soweit. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mich, äh... Unterstützen wollt, gebt mir ein Like. Ähm... Ansonsten... Schreibt auch gerne Kommentare. Ähm... Sofern es mir die Zeit zulässt, äh... Wird ich die auf jeden Fall auch gerne beantworten. Lesen tue ich es auf jeden Fall. Das ist gar kein Ding. Und, ähm... Ja... Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen... Gehabt euch wohl. Haut rein. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.